Was geht, was geht? Drei Freunde, 50 Meme-Mini-Games und die Herausforderung lautet ganz einfach Wer gewinnt mehr Mini-Games und ist damit dann der Fortnite-König aller Könige? Lass auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mich unterstützen wollt und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das kostet euch wirklich nur einen Klick. Und spammt jetzt auf jeden Fall unten in die Kommentare einfach mal ein gelbes Herz. Und ich herz euch einfach zurück. Und danke an jeden, der den Creator-Code BREXIS-YT im Itemshop benutzt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wir müssen wählen. Was nehmt ihr, Jungs? Ich sag dir nicht, ich vote einfach, was wir jetzt machen. Ich hab gar nichts gewotet. Was? Ich war auch zu langsam. Du hast gar kein Game gewotet, Odo, Mann. Hab ich auch. Na und? Warum bist du so ehrenlos? Guck mal, manchmal. Jungs, ich will euch nur ganz kurz Bescheid sagen, dass ich heute sehr gut drauf bin und rumsteigen könnte. Warum macht meiner so komisch? Schrei, Odo, Mann. Ich beschütze dich, Quacks. Knall ihn ab, Junge. Warum gehst du auf mich, Digga? Wir sind doch Freunde. Digga, ich schieße deinen Rücken danach, weißt du noch. Digga, du hast mich nach vorne geschubst. Ja, ich hab Husten. Ich bin noch krank. Aber es geht, Bro. Warum? Weiß nicht. Wer in meine Box kommt, ist tot. Brax, du magst einen Teil des Sieg, du musst es finden. Okay, warte. Meine Box kommt, ist tot. Hier ist einer. Lucky Box, wenn du reinkommst. Schild! Junge, wieso hast du ein Schild? Warum hab ich kein Schild? Das ist verboten in Deutschland. Ich geh jetzt nur noch auf andere sein. Ja, geh mal auf andere, genau. Geh, geh, geh. Wer will denn den Rücken schießen? Hab ich. Oh, du nimmst es einfach mit, Digga. Ich hab jetzt auch ein Schild. Ist dein erster Kill? Ja, normal. Bro, lass ehrlich haben. Sag mal, war es unfair, ich will nicht gespielt. Gib lieber andere den Kipp. Es geht, Bro. Nein, nein. Du cheatest. Ja. Andere ist ein Cheater. Warte, warte, warte. Digga, ich hab sieben Kills. Wieso hast du gewonnen? Ich hab nur einen Kills. Ich bin zweiter Brax. Ich schwieg Odomann rechts. Nein, ich hab auch Odomann rechts genommen. No, no. Dangerous genommen. Okay, jetzt mach ich ernst. Es geht um meine Ehre. Junge, was ist denn? Ich hab Angst, am Boden zu sein. Ich bin verwirrt. Warum baust du mich an, anstatt ich selbst? Warte, er schießt nach uns. Jo, da kommt ein Gnom, Bruder. Schießt ja auch nicht in den Rücken. Dein Gesicht, Junge. Geh mal schlafen, Bro. Ey, das gibt's nicht. Warte mal, geh mal zum Gnom. Sag mal, hallo. Tschüss. Ey, ich dachte, der Gnom hat... Er hat mir geholfen. Er hat mich nach rechts geboostet. Er hat mich nach rechts geboostet, Digga. Boah, ich hab sieben Sticker-Sticker. Eben Sticker, find them all. Also ich nehm Getting Stonks, Digga. Uh, jeder hat sein eigenes. Was kommt? Ballon. Oh, Balloon-Pop. Wer hat das genommen? Ich. Ihr wisst nicht, was es ist. Warum habt ihr beide zwei? Ihr wisst was, was ich nicht weiß. So, Balloon-Pop. Uh. André. Tschüss, André. Tschüss, Odo, Mann. Wo ist Braxis? Hier oben. Er war getart in der Wand. So gewinnt man das. Du bist so hässlich mit zwei E. Na und? Deswegen zeig ich mich doch hoffentlich. Hä? 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 Was ist hier, Digga? Digga, was ist hier los? Einfach Bepfist erster Grad. Hä? Kann gar nicht sein. Kann echt nicht sein. Dodgeball? Okay, Dodgeball ist lustig. Ehren, wenn ihr diesen Dodgeball genommen habt, Fist ist viel besser. Boah, zwei gegen eins. Perfekt. Wie einst ist, Digga? Ich gewinn das. Das sind kaputtboxen, Junge. Keine Gnade. Was willst du, du dreckige Banane? Sag mal. Was willst du, du Schielkopf? Ich hab keine Steine mehr. Dreckige Banane. Ich hab keine Steine mehr. Du hast ihn auseinander genommen. Ich war nicht mal dabei. Yeah. Yeah. One, two. New Games. Zone Wars. Cool. Boah. Cool. Das ist ja mega cool. Ey, bitte, bitte, bitte. Mach mir den Stick an. Bitte. Bitte, Meme Switch. Ich nehm Bad Wars. Schämst du dich nicht morgens? Nee, schämst du dich safe. Was ist ein Meme Switch, Junge? Du verlierst eh. Das ist wie Color Switch nur ein Meme Switch. Ja und? Ja, ja, wir müssen zu vier, Bro. Hier. Geh mal zu vier. Geh mal zu vier. Hör auf, hör halt. Ohne schießen, ohne schießen, ohne schießen. Ey, 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 ey. Ich hab nur Stinks, ne? Tarnung hier. Guck mal. Ehrenlos. Warte, hast du gewinnt, Digga. Du knallst dich ab. Schade. Ehrenloses, Digga, als Braxes. Du hast so eine... Brax sagt ohne schießen und schießt, Digga. Schade. Ey, ihr habt angefangen zu schießen. Ich hab Panikbekommen. Wenn ich diese Stick an auch einmal sehe, dann schieb ich die Brax rein, Digga. Okay. Wird Zeit, dass ich euch zeige, wie man's spielt, oder? Oh, wer ist das denn hier? Geh mal schlafen, Bro. Geh mal schlafen. Bro, ich war in ihm drin, Digga. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Wo ist er? Hä? Hier heilt sich doch einer. Guck mal, wie er sich heilt. Hallo. Er heilt sich. Ich hab nur seinen Kopf gesehen. Ami, bami, nino. Was ist hier los? Damit du das noch vor der Zeit. Boah, er hat aber gut kassiert. Hab ich nicht, er lügt, er schießt nicht auf mich. Hä, Staub ihn. Ja. Er hat sich geheilt. Ehrenlos. Nein, Odoman. Du Ehrenloser. Bah, von hinten kommt er. Wie ein Wellensittig. Wie viel Leben hast du eigentlich? Guck mal, er klaut immer meine Taktik. Schon mal aufgefallen? Man kriegt Leben schon. Paletten-Taktik ist eigentlich meine. Klauer, Digga. Ist ein Schlau wie Klauer. Ehrenlos. Wir müssen nur Odoman gehen, er hat sieben Points, Digga. Wir gehen auf Odoman. Wir müssen auf Odoman gehen. Okay, er ist hier, er ist hier. Hier, 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 hier. Aber was steckt denn? Hä? Odoman, Micky, eh, weh. Was? Bist du Inder geworden auf einmal, ne? Was muss ich machen? Don't let you. Das Giga-Chat, Digga. Guck mal, sein Gesicht, ihr Gesicht. Was auch immer. Hä? Sie hat mich geschubst. Sie schubst dich zurück. Hä? Sie schubst einen zurück. Hey. Schau, du um Kopf. Tschüss, du um Kopf. Ich weiß halt nicht, wann sie sagt, stopp. Guck mal, wie er da hinten ist. Bleibt doch stehen auf Ehre. Gewonnen, Bominigno. Nein. Ado ist der Winner. Tschüssi. Okay, das Minigame gefällt mir nicht. Wir spielen das nicht mehr. Das gefällt mir nicht. Das war kein Problem. Boah, ich habe gleich Battle Pass Fool. Yeah, boy. Was kriegst du, Skin? Ne, Elimination Bonus. Hawk Ryder. Ja, Hawk Ryder. Was schießt du auf mich, Digga? Das war wohl immer gefährlich, Digga. Er ist in seinem Element. Ey, Junge, mein Husten, hör auf. Ich sterbe gleich. Warum willst du mich schlagen mit Hammer? Er kriegt Snow Scope. Break that job. Break that job. Ich treffe dich nicht. Hammer. Oha. Warum bist du so gefährlich? Bleibt stehen. Ey, ich schieß die ganze Zeit auf das Sch... Ey! Ihr seid so ehrenlos. Man konnte mit Rechtsblick anvisieren. Dann hatte man so Autofokus. Ihr habt mit mir Schweinchen in Mitte gemacht. Ja, das ist immer gesagt, dass wir das Schweinchen in Mitte gemacht haben. Warum sollte ich? Wer ist das bei mir hier? Wer baut hier wie ein Weltmeister? Ich bin das. Gut, tschüss. Ey. Hä? Hä? Oh. Das ist unfair. Das ist ja bodenlos. Was willst du denn hier? Hey, wenn du ein Gefühl hast, lass mich in Ruhe. Super Saiyajin 3 activated. Nein, bitte nicht. Hä? Hä? Du bist gar nicht hier. Du bist auch nicht hier. Oh, ich seh dich bauen. Warum baust du sie? Nein! Du hast so ein Pampi kassiert, aber ich hab alles kassiert. Äh... One Punch! Okay, wir nehmen One Punch. Da müssen wir rein. Scheine Spitzhacke links, oder? Oh! Oh mein Gott. Box in deinem Face. Okay, Brex hat gewonnen. Hä? Nein, nein, jetzt gibt's 10. Score 10. Aber wie schlägt ihr? Oh, Kuss, Bro. Ciao, Bro. Tschüss! Ja! Oh, süß! Ciao, Bro. Ciao, Bro. Oh mein Gott. Ciao, Bro. Nein! Nein! Der Opa war voll lange weg, Digga. Wo bist du hingegangen, Digga? Du auch, ciao. In dein Gesicht, Junge. In dein Gesicht, Junge. In dein Gesicht, Junge. Nein! Ja! Nein! Was geht? Hä? Ich bin noch ein Bampi. Bampi. Bampi, Bampi. Bampi, Bampi. Ich... Ey, wer hat schon siegt? Nein! Ohne Warte, wer lebt denn da? Nee, doch nicht. Ich geh weg. Ey! Tschüss! Tschüss! Geh du mal schlafen. Geh du mitschlafen. Ey, ich bin von alleine schlafen gegangen, Jungs. Wir sehen uns. Sehr gut. Okay, what it? Und der ist so bodenlos, Digga. Ich seh nix, weil wenn man ranvisiert, ist man seine eigene Waffe. Boah! Ich auch. Kein Sinn. Nein! Oh, man hat gerne Sniper random. Okay. Man kriegt irgendwelche random Waffen. Ja, die wechseln sich immer. Wer schießt auf mich? Hast du mal aufhören, auf mich zu schießen? Danke, Mann. Wer war das? Kein Sinn, kein Sinn, kein Sinn. Oha. Junge, was ist das für eine Kackwaffe? Nein! Hä? Hast du ihn gekillt? Ja, ohne mal habe ich gekillt. Von wo? Da unten. Weiß nicht. Er ist ein Camper. Er ist ein Camper. Er ist ein richtiger Zieler. Und was, Bruder? Nein! Ich brauche nur. Bis wie viel geht das? Bis zehn, ne? Sieben. Sieben. Oh, oh. Oder bis Zeit zu Ende. Es sind 30 Sekunden. Hey, ich habe zuerst geschossen. Hey, ich habe zuerst geschossen, hat das Spiel gesagt. Wo ist er? Unter dir. Wo bist du? Warte. Neben dir. Ah, er hat gewonnen. Er hat dir mal ein eigenes Spiel gemacht, Digga. Ich schwöre. Was jetzt? Fertig? Nein, das ist nicht fertig. Nein. Nur so Bonuslevel, glaube ich. Okay. Hole in one? Oh! Ich schieße irgendwo hin. Nein, fast. Du hast eingelocht. Ey, diese Dinger schießen dich ja genau ins Loch rein. Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ja, ich habe gar nichts gemacht, Digga. Ich habe nicht eingetroffen. Ey, aber das bockt voll, dieses Minigame. Wieso? Wieso bin ich der einzige ohne Sniper? Das hat Spaß gemacht. Oha, woher nichts? Ja, einfach. Ciao, Jungs. Warte mal. Lass ihn oben. Ja, 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 ja. Ehrenlos. Hey! Tschüss! Okay, soll ich so machen, gar kein Problem. Wir schlafen. Wir holen ihn, wir holen ihn. Wir holen ihn, wir holen ihn. Ja, er ist Klettermeister, Digga. Ich würde mich auch ein... Ey, so ein 31er. Er hat uns beide mit einem Shot geholt, Digga. Idioten. Was? Das war ehrenlos. Zone Wars. Let's go. Es ist entschieden worden. Ich kann nicht... Ah, okay. Unendlich Zone Wars. Hä, wieso seid ihr bei mir? Wieso bist du bei mir? Alle sind hier. Du bist unendlich Zone Wars. Check doch. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Die Zone ist ja richtig krass. Ist übel schnell, Junge. Wieso spleefst du? Ach, komm mal runter. Er hat mich gespie... Und jetzt schießt er auch noch auf mich. Ederlose. Guck ihn dir an. Wo ist Odomann eigentlich? Er ist wieder am spleefen. Was macht ihr da, Digga? Komm mal runter. Okay. Guck ihn dir an, Junge. Ich spleef ihn so runter, Junge. Habt ihr spleefen? Oh shit. Ich muss nachladen. Ja. Irrenlos. Warum bin ich tot? Ja, es geht weiter. Was? Es geht weiter? Ich dachte, ich hab gewonnen. Jetzt geht's wieder zurück, oder? Du musst dich fürs Denken bezahlen, Bro. Ja, ich hab ne Digga. Warum hab ich einfach mal andere Waffen? Und wie sind andere Waffen? Bitte, bitte, bitte. Wie viele habe ich? Drei. Guck mal, das ist so ein Cheat. Ich hab zwei Punkte oben. Ich bin Erster. Ich bin Erster. Das steht doch da. Nein, da steht Brexit 2. Ja. Ja, und du auch 2. Und jetzt? Hä? Slow-Mo. Okay, Slow-Mo. Boah. Musical-Chair. Musical-Chair. Was wär das genommen von euch? Oh, mal. Wollt ihr auf Fresse? Komm, Junge. Okay. Let's go. Schade. Boah, Odomon, du bist Erster. Nicht schlecht, nicht schlecht. Lass mal auf ihn gehen jetzt. One Punch wieder. Ja, One Punch. Ey, Junge. Ja. Ja. Okay, Brex hacken. Brex ist am hacken, Digga. Er ist am hacken. Mann, man kann ihn nicht wegschlagen. Ja. Ah. Sehr viel. Warum haust du mich, Digga? Das ist der Ehre. Sehr viel, Odomon. Ja, Odomon. Nee, ich hab mich selbst getrollt. Ja. Nein. Nein. Ich hab Familie zu Hause. Odomon hat keine Reue, Digga. Geht trotzdem auf mich. Boah. Oh, Odomon cheatet. Oh, Odomon. Okay, ich bin raus. Wow, Odomon. Geschlafen. Geschlafen zuerst. Geschlafen. Ich hab gleich gewonnen. Ja, Brex hat gleich gewonnen. Sehr schön. Macht euch gegenseitig. Sehr schön. Brex darf nicht treffen. Nein. Nein, lass mich doch nicht killen, Digga. Hä? Das ist gar kein Sinn. Neun. Ey, ich hab zwei kills gemacht, der einen. Das war übel klug. Ja. Okay, dann Brex hat's gewonnen, oder? Ja, ich hab gewonnen. Ich muss gewonnen haben. Nein. Let's go. Aber ich hab ohne Runde aufgeholt, Digga. Ich hab ohne Runde aufgeholt. Die nächste Runde entscheidet, Jungs, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Letzte Runde. Okay. Letzte Runde entscheidet. Alles egal. Wir löschen alles. Alles löscht. Okay, ist gut für mich, weil ich bin letzter grad. Theoretisch schon, ne? Ohne schubsen, ohne schubsen, bitte. Lass mal einmal ohne schubsen. Aber nur einmal. Ey, André. Oh, shit. Oh nein, wir haben ein Problem. Oh, hier geht gleich den Boden weg. Es bleibt schon an diese Runde jetzt hier. Diese Runde entscheidet alles, oder nichts. Diese Runde entscheidet alles. Oh, es bleibt den Boden weg. Genau hier in der Mitte. Oh, vorgegeben. Oh, no, oh, no. Oh, no, wir sind am Arsch. Nein. Aber warum kommt das so langsam? Oh. Ananas. Geh gleich den Boden weg. Deine Runde ist lang. Okay, wir sind auf der richtigen Seite. Oh, nein. Und rüber. Oh, gut. Hä? Wie wurde ich getroffen? Ich bin normal gesprungen, wie sonst auch. Wurde trotzdem weggehauen. Okay. Hitbox. Oh, man hat verloren. Hä, ich hab gewonnen. Luli, ihr Lutscher, ich hab gewonnen. Was? Wie spielst du das? Wie spielst du das, Digga? Das hier nicht. Diese Runde ist alles oder nichts. Alles oder nichts, diese Runde. Alles oder nichts, diese Runde. Ach, ihr seid solche Müllmenschen, Bro. Ich werd nur noch auf euch gehen. Ich hab alle Münster eingesetzt. Okay, ich schwöre, diese letzte Runde. Wir nehmen Space Goat. Komm. Alles andere hat die Runde. Komm, Space Goat, Digga. Die Runde entscheidet. Die Runde entscheidet. Stimmt's, André? Guck zwei, drei. Hä? Hä? Ich muss sie einsammeln. Diese Goaties? Ja. Ich hab Diamant eingesammelt. Wie viele habt ihr? So viele. Wieso hab ich nur sieben? Ey, klau doch nicht. Ey, was killst du mich, du kleiner Hund? Sehr gut. Noch ein Diamant. Ich hab safe gewonnen. Was? Es ging nur um einen Money. Aber wie hab ich dich gekillt? Die Runde hat entschieden, Bro. Keine Ahnung. Ich hätt gewonnen, hätte Brax mich nicht gekillt. Ich hab davor gewonnen. Ist mir egal. Das war der Plan. André ist ein Lutscher, Brax auch. Komm, jetzt die Runde entscheidet, Digga. Rocket Bounce. Rocket Bounce, die Runde. Was ist denn Rocket Bounce, Junge? Was? Ich hab schon längst gewonnen, der Lutscher. Null, Digga. Null. In meinem Video, in meinem Video, ich gewinne, nur noch ich gewinne. In meinem Video, in meiner Regel. Wow. Hä? Warum ich? Diese Noobs, Digga. Wie dumm ist das denn? Das hab ich gar nicht verstanden. Geht schnell raus, damit wir nicht noch nur gewonnen können. Und der Sieger war Spieler 2, 5, 7. Wer ist das? Odoman. Odoman. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Platz 2 und André ist Platz 3. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und checkt die beiden Jungs ab, die sind unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. See you. Hey, Grinch-Bag-Six! Du bist mein Lieblings-Hutuber, bitte! Hey, ich kann es grad nicht glauben, warte.